Herzlich Willkommen, hier habe ich die Cordula Attermayer. Wir sind heute auf dem Digital Education Day und da geht es um Medienkompetenz und wir möchten ein Projekt vorstellen. Cordula wird uns jetzt mal erklären, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Ja, in der Woche vom 14. bis 18.11. ist ja die Woche des Respekts. Das ist eine Initiative der Ministerpräsidentin, die insgesamt ganz viele tolle Aktionen hat und wir als Referat Digitale Gesellschaft Medienkompetenz machen da auch mit, haben ein eigenes Projekt, das über die gesamte Woche läuft. Wir wollen dort Foto- und Snapchat-Walks durchführen, das heißt mit Kamera in drei unterschiedlichen Städten uns mit dem Thema Respekt auseinandersetzen. Wir wollen also ganz unterschiedliche Leute da zusammenbringen, also einfach gucken, wer hat da Lust zu. Wir wollen das Medium Fotografie nutzen als ein Medium, wo man auch ohne die gleiche Sprache zu sprechen was machen kann. Wir werden dabei von zwei Künstlern begleitet, die uns einfach auch noch Tipps geben können und wir hoffen einfach, dass wir Leute ins Gespräch bringen und am Ende irgendwie auch eine Möglichkeit haben, ein Stück mehr uns mit Respekt auseinanderzusetzen, weil das ja ein Thema ist, das erstmal ein bisschen sperrig ist und das auch ein Thema ist, dass man erstmal ein bisschen runterbrechen muss und da an die Menschen bringen muss, damit man ja damit man auch Lust hat damit sich zu beschäftigen. Ja und wir würden uns natürlich herzlich freuen, wenn ihr mitmacht. Anmelden könnt ihr euch auf der Webseite respekt.nhw.respektwalk bis zum 10.11. also an die Tasten. Viel Spaß! Tschau! Musik